Das war der Woche ein Medrash. Wir haben doch alle gleich haben, um nach dem Gospel zu podemos Überschuss zu operieren. Wir leben mit dem Medrash. In einem Medrash zuvor und haben die diese Medrash gekocht. Wir haben die Medrash. Wir sind einfach imsein von der Medrash zu leben. Die Medrash allein ist geschehen. Wenn ich Rabbi habe, ich habe einen Zeug. Ich habe das Beispiel mit dem Geschehen gesagt. Ich habe zuvor von der Beine und der Beine durch. Ich habe einen Zeug Sprecher in die Maße und der Zeit. Ich habe ihn allein. Der Baby hat sich geschehen. Ich habe ihn nicht gebrochen. Habe ich nicht gebrochen? Und er sagt, Das heißt, Ich meine, wenn man verstehen soll, wie der Medrash du sucht, wie viele Makhlöke sind nicht gewöhnt, wie viele Zerberg mit Nefischen sind nicht gewöhnt. Aber ich bin doch allein, sie sucht dir, er hat gewollt, dass er auslernen. Also das ist eine Größte, der Nehmann, aber ich sehe nicht, das tut mir nicht gemass. Das tut mir nicht gemass. Er hat nur gehört, der Pesat, er hat schon gesagt, von der Arbeit, er hat schon übergesucht, schon in der Bildschule und Weise, er hat sich gerecht von mir, wenn er immer gehört hat, er hat gemeint, dass er das. Wenn du räumst, wenn du mich in den Nehmann, du musst, ich habe eine gewollte Auslernen. Mein Jehid, der Nehmann, aus der Kabule, dieser Lasse, das du mal auf, wie meine Rehoberset ist nicht.